Große Aufregung am Wochenende in Wien. Wie berichtet, fotografierten verärgerte Passanten den ehemaligen Burgschauspieler Teichtmeister, als dieser einen gemütlichen Sommerabend beim noblen Italiener Fabius ausklingen ließ. Einer versteht die Aufregung darüber gar nicht. Ex-grünen-Politiker Peter Pilz, der später auch mit seiner eigenen Liste politisch scheiterte, zieht auf Twitter einen ungeheuerlichen Vergleich. Sollen Beschuldigte wie Sebastian Kurz, Sigi Wolf, Wolfgang Sobotka und René Benko nicht mehr in öffentlichen Lokalen bedient werden, fragt er und setzt damit all die genannten mit dem Kinderporno- und drogensüchtigen Schauspieler gleich. Doch Pilz geht sogar noch weiter und fragt, was den Gastronomen wie Martin Ho davon hielten, würde die ÖVP-Spitze nicht mehr ins Wirtshaus dürfen. Erschreckend, dass sich noch immer Menschen finden, die ihren Abend in aller Öffentlichkeit mit Teichtmeister verbringen wollen und denen von seinen Neigungen noch immer nicht der Appetit vergangen ist.